Ey, ich stehe am Stockstand, ey. Ey, yo, du bist heute verlaufen, was geht? Ja, hey, was geht? Ey, sollen wir joinen? Sollen wir uns zusammentun? Ey, das können wir... Können wir machen, ja. Ja, lass machen, lass machen. Ja, dann komm, wie geht das? Äh, okay. Warte, hinter dir sind Leute. Glaub ich. Warte. Warte, hier kann ich euch einladen? Wie einladen? Ja, da. Weiß ich, aber da hinten war ein Gegner. Wenn jeder sich wartet, dann lasst die mal hin gehen. Äh, wir müssen gehen. Hallo? Hallo, ja, seid ihr drin? Hallo, 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 hallo. Seid ihr drin? Jungs, ihr könnt zu ihr, ihr könnt zu ihr nicht schießen. Wie geht das? Ja, wir sind hinter euch, nicht schießen. Äh, ist gut. Aber wir können wir einander joinen. Ey, komm, 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 komm. Latt uns mal ein, drück, steuert. Warte, warte, warte. Seid ihr alle gerade zusammen? Jungs, Jungs, tschüss, tschüss, tschüss. Warte, 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 warte. Wir sind gerade alles kurz hier. Ja, wir sind das, keine Sorge. Jaja, alles kurz hier. Lass mal einfach straight Richtung Zone laufen. Wenn du Steuerkreuz nach oben drückst und dann rechts kannst du Spiele einladen und so. Aber ihr müsst das irgendwie bestätigen oder so. Ja, aber ihr werdet bei uns nicht angezählt. Ja, ich bin gejoined. Ich konnte joinen. Schieß mir mal auf den Fuß. Als Test. Weil wenn wir in einem Squad sind. Ah, Moment, Moment. Einladung annehmen, Moment. Ja, cool. Ich bin drin, yeah. Aber wir sind nicht alle drin. Einer fehlt noch. Ne, ihr seid zu zweit nur, ne? Hallo. Ja, ja, wir sind unter zweit. Ja, cool. Ne, wir sind zu drin. Jawoll, drin. Yeah. Jetzt geht's los. Ey, ey, ey. Jetzt geht's los, ey. Wollt ihr ein bisschen Partymusik haben? Warte, schnell. Ja, das ist los. Ich bin Partymusik, das ist gestern. Ich bin Partymusik, das ist gestern. Ich kann die Partymusik einfach sch messen. Warte, schnell. Oh, Mann. Ich bin Partymusik, das ist ja schon. Oh, Mann. Oh, Mann. hauptsache Party Mücke ein, äh, geht direkt meine Waffe hoch. Level-Aufstieg. Goal. Gegner, Gegner. Scharf ist der Abtuch. Boah, einer rauscht wieder ganz schön, ne? Was los? Oh, was... Wo, 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 wo! Besser Schlag! Besser Schlag! Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich habe es schon. Perfekt. Hat einer von den Vögeln zufällig einen Sniper? Oh, ich bin ein Sniper. Oh nein. Warte. Wo bist du? Achso, oben. Warte, ich komm. Ich hab ein paar Mal Tür-Break. 2. Etage, ich bin 2. Etage noch. Ja, ich weiß nicht, wer da hinkommt gerade. Ich komm gerade runter. Warte, ihr werdet doch eben noch mit der Steppe, achso. Danke. Jo, Zone. Wenn ihr ein Sniper seht, bescheid sagen, ja? Danke. Ey, wir könnten noch den letzten, äh, reikaufen. Hat jemand Geld für den letzten, freigelaufen? Äh, ja, ich hab Geld. Ich hab 8.000. Achso. Das noch geht nach? Ey, tut er. Alter, wie geil, das ist mit so einer großen Lobby zu spielen bei Warzone. Da oben auf dem Weg. Ja, wir sind weg, wir sind weg, wir sind weg. Jo, Zone. Der sprengt, der sprengt, der ist gesprungen. Was ist das? Warte mal, komm mal, komm mal, komm mal. Äh, ich schießt mal, komm mal mit dem Markschirm. Soll ich nicht mehr Zeige drauf? Markier! Abhin zieht dich. Ja. Jaaa. Hier ist einer, Team White. Wann kommst du nicht? Ich schießt aber noch einer von gegenüber, glaube ich. Ich kommt dann gerade. Hat der Sniper? Warum? Oh, nehm ich. Ich spiel doch. Ja? Warum? Ja, das ist ein sehr guter Lobby, das waren gegnerische Spiele und man kann sich in die Sonne trüben, ganz willkommen, alles gut, mach der Ruhe. Äh, warte, was war, ja, ne, ich hab auch nichts. Was ist denn? Da sind wir, ich bin, oben, Treppe, ganz oben direkt. Okay, okay, danke. Bin down. Zone! Dein teammate kommt! Team Web! Let's go! Ich muss... ...laden. Ja, ich auch. Gut, ich bin fertig. Ja, genau, lasst uns die Leidon vorpushen. Geht nach vorne! In the area! Ihr könnt hier hochkommen, hier ist ein Weg nach oben, bei mir. Ja, ja. Ich bin genau da. Ich bin doch auch schon von mir, bei mir. Das ist ein Weg nach vorne. Ich bin so von mir, wie gut? Oh mein Gott. Wir sind noch in der Zone Sollen wir uns hier irgendwie verschanzen oder so? Ja Obendrauf, aus dem Dach Dort sind dann noch Gegner In der Richtung Ja, sollen die sich gegenseitig wegfallern Oder wir gehen hier oben hin Wie kommt denn da drauf? Hier ist ein Gewehr für jemanden, den wir aufweinig gehen möchte Guck mal, ob ich mit Sniper was machen kann Sollen wir euch selbst passen Sollen wir euch die Seite Okay, wir nehmen die Gebäude neben den Gegner Gibt ihr irgendwas? Ja, kommt rüber Ah, neben uns hier! Rechts, rechts, rechts! Ooooooh Ah, hier ist auch ein Gewehr für den ersten Tag Ah, fang! Fuck Scheiße Schade 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 Ah Ah, GG Das war cool, ey Nein, sag ich nicht was nicht Einfach alle Deutsche Ey, wie können wir Wie können wir das theoretisch weitermachen jetzt? Oder wäre das nur Zufall? Das wäre jetzt ziemlich Unwahrscheinlich, dass wir wieder in die gleiche Lobby kommen Voll scheiße Ja, kann man hier, kann ich euch irgendwie adden? Oder so? Wie geht das? Ah! Ne, toll Ah, die sind alle fast schon raus Hä? Hä? Freundschaftsanfrage, Freundschaftsanfrage, Freundschaftsanfrage Wie geht das? Ich bin hier bei mir auf Social gegangen und dann in meinem Team Und dann habe ich hier Die Leute drin gehabt Die haben mich jetzt allen in der Anfrage geschickt Ja, bei mir wird gar nichts angezeigt, wer kürzlich oder... Nein, 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 nein Ich bin bei Zentrale Aha, Moment, Zentrale Und dann... Deine Party anzeigen, oder was? Bei meiner Party ist nur noch einer Wie heißt der denn? CF... CF 3... 1, 2, 3, 1 oder so? Ja, hättest mich einfach mal Ja, hab eine Frage bekommen Yeah, cool Jawoll Ja, hat echt Spaß gemacht, danke Jungs Haut rein, ne? Ja, tschau Jungs Junge ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017